Und now, ladies and gentlemen, please welcome here in Onar. Ein Mann, der noch nie hier war. Ein Mann, der extra aus ganz weit weg kommt, aus den Staaten. Er kann leider nur amerikanisch. Und wir haben noch einen Übersetzer gefunden hier, auf die Stelle, und zwar aus der Bahn. Ein Mann, Marcel Porträt, eine direkte Übersetzung machen. Bitte herzlich willkommen, Sabino to America, Mr. M.C. Hammers! Ich wohnte mal in Unterder im Bürgerhof und wollte einen Nagel ohne Hammermann am Sturm. Ich ging dann runter zur Elektro-Witch, doch zum Hammerkriegen war das wirklich nicht. You're looking at the night, don't leave me cry, you're gonna love it, you're gonna phone me, I won't die, you're gonna love it, you can't use it. I got a little hammer, baby, I can use it. Den nächsten Laden, ich ging an zu denen, Menschen, die sind so richtig dicke Hammerzäne. Ich sag, nein, oh nein, der Edelmann, der Hammer ist ja viel zu klein. Ich sag, nein, oh nein, der Edelmann, der Hammer ist ja viel zu klein. Hier, oh nein, der Edelmann, der Heck, behave, 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 behave. Wenn der Alldorff hat, dann klagte man mal sans estad, ihn sag, den Felgenhammer, pack mir schön ein. Da sagte er, der Nobis hat auch ganz verstohlen, dann muss ich hier den Felgenhammer runtertronen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020